Wollt ihr mir noch zugucken bei meinen Liegestützen? Gerne, das ist immer schön, so ein bisschen Auflockerung Zwischen all den kompetenten Inhalten, ein bisschen Sport Gegen wir? Gegen was? Ich will, wenn du mitmachst, ja warum nicht? Oder du? Dann halte ich die Kamera selber, dann musst du gegen Simon machen Nein, ich kann... Hat er jetzt länger kann, oder was? Nein, ich bin doch schon bei fast 20 Wie viel machst du? Alle Alle? Alle? Ich mache jetzt nur 20, ich mache immer 20 Wir müssen nicht gegeneinander, ich bin einfach nur Sport Ja, wir machen zusammen Okay, bestrahlt Hier, du trittst ihm gegen den rechten Arm Wenn ich nicht mehr kann, wenn du merkst, ich atme, heuchel Das ist irgendwie so eine Tee-Kanne Dann musst du was machen Mal gucken, ob du das richtig machst Hier, mal hier sogar überkreuz Zeig mal das Oh Gott, der Wirt ist super Krass, das sehe ich schon Alter Oh nein Das ist krass, wie macht ihr das? Das muss man erstmal rutschen, oder? Das muss man erstmal rutschen, oder? Ja, einfach mal springen mit dem Peck Einfach mal springen Kannst du eine haben, ich? Nee, das geht nicht Nee, oh nicht Okay Nee, da muss ich Chino sein Ja, dann musst du dich beide breiten Das ist ein Sport für Groß und Kleinen Liegestützen ist was für echte Männer Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Wirt Jetzt hast du was gelernt Fürs nächste Mal dann Mach das mal Fangt mal an Liegestützen 20 Stück und dann 1000 Als nächstes Danke Danke Danke